Oh ja, Mara, das Wetter war und ist seit Corona wirklich absolut was fürs Hetz. Gefühlt hat doch fast die ganze Zeit die Sonne gestrahlt. Und ich finde, da hat der Hausarrest schon fast Spaß gemacht. Und wie das bei euch genau aussah, das zeigen euch jetzt cool und a gang. Mit dem coolsten Corona-Hit ever, Hausarrest in Kölle. Wir sind hier zu Haus, Baby, das ist unser Sound. Waren in letzter Zeit ziemlich unartig drauf, nehmen gern unsere Strafe in Kauf. In Behanhauser ist in Kölle, ever, Hauptsache in Kölle. Parfette Beats in der Zelle, ich springe ein verrücktes Stil. In Behanhauser ist in Kölle. Hausarrest in Kölle. Baby, hab ich dir schon gesagt, Baby, bin froh, dass ich dich hab. Selbst in vier Wänden tanzen wir in Freude und Leid. Mit dir in der Stadt fühl ich mich frei. In Behanhauser ist in Kölle. Hauptsache mit dir in Kölle. Parfette Beats in der Zelle. Ich springe ein verrücktes Stil. In Behanhauser ist in Kölle. Aufsonsten wir in Kölle. Sie können mir alles nehmen, das Geld und die Ruhe, alles kann weg, nur nicht du. Diese widerlichen Coronas, diese dreckige kleine Bazilda, die musst du jagen, die musst du backen. Egal wo du sie kriegst, die sind klitzeklein, aber die tust du gut erkennen, weil die haben so kleine Stempelchen am Kopf. Da, da laufen sie wieder, da, hier, 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 am besten so eine Lappe, eine feuchte Lappe, und dann mitten ob den Kopf, da. Da hab ich dich, der tut mich nicht mehr insifizieren, ja aus dem Haus. Möhrenhauser ist in Köln, Hauptsache mit dir in Köln, verfette Beats in der Zell, ich springe irgendwann auf der Stelle, Möhrenhauser ist in Köln. Möhrenhauser ist in Köln. Ja wie, Köln und Begang und Haus Musik. In meinem Haus gibt es keine Musik. Und schon ja nicht im Gang. Es ist Mittagszeit. Atten Sie, wenn Sie ein paar Gramm göregen, wenn Sie Money niin, wie du in der Zeit hast, dass wir über diese ‑‑ Und wir wollen, wie wir beide in der Momente für das rosebuster stecken gehen,